Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Guide Aura Kingdom. Ich bin immer noch hier zu und heute geht es weiter mit Angeln. Ich hatte euch ja versprochen, dass das Thema ein bisschen größer ist als die anderen Sachen und ja, gestimmt, das ist so. Und heute widme ich, wie ihr im Namen des Videos schon sehen konntet, den Ködern. In Aura Kingdom ist es so, dass das Ködern genauso realistisch ist wie in echt. Naja, fast so realistisch, aber gut. Es gibt unterschiedliche Arten von Ködern. Ich habe im Moment, ich bin wieder auf meinem Main, wie man sehen kann, ich habe im Moment den Erdwurm ausgerüstet. Der Erdwurm ist der billigste Köder, den es gibt. Das ist der Standardköder und wahrscheinlich auch der meistverbrauchteste Köder im Spiel. Weil er für AFK-Angeln benutzt wird. Man sieht hier jetzt, dass ich das Poseidon Set anhabe. Das ist quasi das Angelset, das beste Angelset, was ich im Moment habe. Und mit diesem Angelset kann man sehr gut Goldfische angeln. Aber dazu komme ich in einem anderen Video, wie man diese Goldsets bekommt, auf welche Art und Weise. Das ist erstmal nur interessant. Wir gehen aber jetzt einfach mal davon aus, in diesem Video auch ein bisschen davon aus, dass ihr schon ein Goldset habt. Also Niziamo oder, also Niziamo ist ja kein Goldset in dem Sinne. Also ihr habt auf jeden Fall ein Set, mit dem ihr Goldfische angeln könnt. Das ist wichtig. Denn sonst würde ein gewisser Part von Ködern überhaupt keinen Sinn machen, in diesem Video. Ich muss das jetzt machen, weil dieses Wissen über Köder ist einmal wichtig, um nachher die Goldfische zu angeln. Auf der anderen Seite ist dieses Wissen von Ködern aber halt auch wichtig, um die Vorbereitung zu machen für diese Goldfische. Denn die Köder von den Goldfischen kann man auf zwei verschiedene Arten bekommen, im Gegensatz zu allen anderen Ködern. Dazu aber auch später mehr. Wir widmen uns jetzt erstmal den einfachen Ködern. Es gibt halt diesen Erdwurm. Dieser Erdwurm, mit dem könnt ihr in einem normalen Fischschwarm alles angeln. Ihr habt alles, kann dort rauskommen, was in einem normalen Fischschwarm drin ist. Also, alles von Weiß bis Orange. Goldfische spawnen ja extra. Das heißt, das ist der individuelle Köder. Den könnt ihr überall nutzen, auf jeder Karte, wo es Fische gibt. Also nicht Navier, wo wir uns gerade befinden. Und auch nicht in der Schneekoppe. Dort gibt es keine Fische. Aber ansonsten könnt ihr diesen Köder wirklich überall nutzen. Es ist scheißegal, ob ihr in Skandia angelt oder im Eisfeld. Das ist egal. Ihr könnt den Köder überall nutzen. Also es gibt keine Levelanforderungen. Diese Levelanforderung kommt eigentlich über das Angelset. Je höher dein Angelset ist, desto besser sind auch die Werte. Das heißt, wenn ihr ein Angelset für Level 40 habt, sind damit Fische im Eisfeld schwieriger als Fische in Skandia. Allgemein sind Fische halt... Es gibt da einen Unterschied, den merkt man nur kaum, wenn man ein gutes Angelset hat. Weil die normalen Fische dort wirklich überhaupt kein Problem mehr sind. Deswegen, ja. Jedenfalls wir widmen uns jetzt den Köder, bevor ich hier noch länger rumlabere und eigentlich noch gar nichts gezeigt habe. Wir haben ja hier das normale Angelset einmal beim Händler. Im Moment hört er ganz viele Backgroundgeräusche, weil gerade eben übrigens ein Goldfisch war. So sieht das Ganze aus, wenn dann mal die Spieler angemacht werden. Ja. Ich habe eben auch den Goldfisch geangelt. So, aber jetzt gehen wir mal zu den Fischködern. Das ist nämlich jetzt interessant. Wir haben hier einmal den Erdwurm, der kostet 18 Silber. Ihr holt euch in der Regel davon 1000 Köder. Dann habt ihr 18 Gold ausgegeben. Ja, ist ja ganz einfache Mathematik. 18 mal... 18 Silber mal 1000 ergibt 18 Gold, weil ja 1000 Silber logischerweise ein Gold sind. Und deswegen wird dieser Köder zum Afghanen natürlich geholt, weil alles, was orange ist, kriegen wir ja eh nicht geangelt. Aber, was daran cool ist, in der Regel, wenn ihr in einem hohen Gebiet angelt, das ist sowas wie Geierplateau, könnt glaube ich auch in der Kilde angeln und so weiter. Ihr kriegt diese 18 Gold tatsächlich mit diesen 1000 Ködern raus. Wenn ihr anwesend angelt, also nicht im Anwesen, sondern anwesend, heißt, ihr angelt wirklich selber, die orangenen Fische raus, habt ihr natürlich auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ihr deutlich mehr Gold rausbekommt. Die Wahrscheinlichkeit, einen Diamantfisch zu bekommen, ist aber verschwindend gering. Aber solltet ihr einen Diamantfisch rausbekommen, habt ihr 18 Silber ausgegeben für diesen Köder und bekommt 50 Gold dafür. Ich meine, es wären 50 Gold hier ein Diamantfisch wert. Ja, der letzte Diamantfisch ist lange, lange her, beziehungsweise ich hatte noch nie einen. Danke. Danke, Spiel. Jedenfalls, das sind die Standardköder. Dann gibt es aber noch den Erdwasserwurm, beispielsweise. Und dieser Erdwasserwurm, wenn man die Beschreibung liest, dann sieht man direkt, okay, ja, der ist ja irgendwie besonders. Besonders daran ist halt, er erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Schlammfisch zu fangen. Schlammfisch, Moment mal, das war doch ein rorschener Fisch, korrekt. Und diese Köder hier alle, wir haben hier die gefrorene Sippler, die erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Rohteil zu bekommen. Dann den Kabeljau. Und den Katzenwels, was weiß ich, wie sie alle heißen. Flusskrebs. Ähm, ja, gelber Umbar. Also, es wäre von Vorteil zu wissen, in welchem Gebiet welcher Fisch geangelt wird. Ja, es wäre von Vorteil. Ja, ich denke mal, ich hole mir jetzt diesen Rohteiköder einfach mal 20 Mal. Das kostet schon 700 Silber, also, wie ihr seht, das geht ganz schön ins Gold dann am Ende. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zu einem Gebiet. So, der Rohtei. Wenn ihr nicht wisst, wo diese Fische spawnen, gibt es meistens eine leichte Möglichkeit dafür. Äh, ich bin das von Eden Eternal wirklich nur eingefleicht gewöhnt, dass die Erfolge woanders stehen, als sie hier stehen. So, dann gehen wir auf Angeln. Denn, äh, ich habe alle ganz großen, äh, Binger schon. So, Bronze High Fun. Steht hier irgendwo drin, wo man den bekommt? Nein, natürlich nicht. War ja klar. Jedenfalls, wenn ihr solche Erfolge machen wollt, dann sind diese Köder natürlich auch vom Vorteil, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ihr diesen Köder bekommt. Ich hoffe einfach mal, die sind schön geordnet. Denn, ich habe gerade tatsächlich überhaupt keine Ahnung, wo der Rohtei geangelt wird. Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß es nicht genau. Ja, ich weiß, normalerweise bereite ich mich gut auf Videos vor, aber... Ach so, hört sich der Sound an. Ähm, ja. Normalerweise halt, ne? Gut. Wenn ihr keine Ahnung habt, wo die Sachen sind, dann gibt es ja eine ganz leichte Option, das herauszufinden. Wir haben einen normalen Köder, von dem habe ich mehr als genug. Ding Dong, wir sind da. Jetzt muss das Bild nur nachladen. So, wir sind in Skandia. Auch hier ist es ziemlich am lecken. Wir sind gerade Potsdam an Marsch, oder was ist los? So, nee. Gut. Also, wir sind jetzt in Skandia. Und, ja. Ich habe den normalen Köder ausgerüstet und hier angelt irgendjemand. Das höre ich ganz genau. Ich erinnere mich gerade über Kopfhörer. Tatsächlich, da angelt jemand. So. Und der angelt wahrscheinlich auf K. Ja. Keine Ahnung. Jedenfalls, jetzt angeln wir einfach. Oh, das ist ein ganz großer Brocken. Ja, und um zu sehen, wie schnell das hier geht. Zack. Ist er geangelt. Ah, also easy peasy. Und was haben wir geangelt? Einen Rothai. Cool. Ja. Das ist ja cool. Wir haben schon wieder einen Rothai-Gang. Also, ihr seht, der Rothai, den kann man hier angeln. Und wenn ihr den Erfolg machen wollt, ist das ganz cool. Weil, der angelt ja nur Rothaie. Ich angle gerade auch irgendwie so nur Rothaie. Das ist langweilig. Wofür brauchst du dann den Köder? Mein Gott, Spiel. Ich will hier einen Guide machen und du machst so eine Scheiße. Ohne Witz. Jetzt gib mal einen anderen Fisch. Genau. Einen kleiner Fisch nur. So ein Leben null plus unter Gedöns-Fisch da. Makrele. Cool. Ich hätte gerne mal den ganz tollen Fisch, ja. Genau so war es. Es wird die Angelschnur. Da müsst ihr dann angeln. Also, man kann das Ganze auch wirklich so machen. Im Bett chillen nachts. Vorm Laptop. Augen zu. Und wenn du kommt, stell auf, hechten und angeln. Coole Idee. Ich muss schon sagen. Das ist wirklich legendär. Ja. Bronze Hai. Ich würde ja gerne nur diesen Bronze Hai angeln. Aber gut. So. Wir nehmen jetzt mal den Köder, wo man nur den Rothai bekommt. Und das Lustige daran ist, der soll ja die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man einen Rothai bekommt. Das Erste, was ich bekomme, ist wieder eine Macrele. Ja. Das läuft ja gut. Aber theoretisch sollte die Chance jetzt höher sein. Das steht da zumindest so. Ja. Also, ihr könnt diesen Köder wirklich gezielt dafür einsetzen, Rothai zu bekommen. Warum sollte man das machen? Nun. Aus diesen Fischen kommen ja Angelrüstungen raus. Und diese... Das ist doch nicht zu fassen. Wie soll die Wahrscheinlichkeit erhöhen, den Rothai zu bekommen und... Geil. Der Köder läuft. Also, der funktioniert echt Bombe. Muss ich schon sagen. Theoretisch sollte die Wahrscheinlichkeit höher sein, einen Rothai zu angeln. Praktisch habe ich das bisher noch nicht sagen können. Ja, also... Erhöht Chance auf Rothai-Wagen. Ja. Der normale Köder hat mir mehr geholfen. Das war wahrscheinlich Glück, Leute. Das war wahrscheinlich Glück. Ja. Ihr könnt dann auch hier wieder AFK angeln, wie ich es im ersten Video gezeigt habe. Das ist ja vollkommen uninteressant. Und ja. Das waren die beiden unterschiedlichen Köder. Ich konnte jetzt nicht wirklich zeigen, dass der Rothai öfters kommt beim normalen Köder als bei dem. Jedenfalls, wofür machen wir den ganzen Mist, äh... Der will eine Fleckengalaxie. Was will der denn damit? Immer schön angelig fest am Ende. Schon haben wir eine Hechtmakrele bekommen. Das ist super. Haifischschuhe. Okay. Ja, bei dem Händler hier können wir natürlich auch die Fischküder holen. Oder... Angeljob-Spezial. Man kann natürlich auch so ein Fischküder-Box hier nehmen. Dort können alle möglichen Arten von Köder rauskommen. Und das sind beides Goldfischküder. Die kann man hier bei dem Händler nicht holen, ne? Man sieht es ja schon. Ja. Viel interessanter als diese Bronze-Haiköder sind natürlich die Haiköder, mit denen man die orangenen Fische sehr oft bekommt. Warum? Nun ja. Aus den orangenen Fischen können natürlich ganz coole Sachen kommen. Ja. So eine tolle BA da. Habt ihr ja gesehen. Schwimmt schon wieder. Ich will nicht schwimmen, ich will angeln. Ähm... So eine tolle BA. Die Küder für die Goldfische. Es ist wirklich... PvP will starten soon. Ihr müsst selber entscheiden, ob euch das was bringt. Weil ihr seht es ja gerade. Es erhöht halt nur die Wahrscheinlichkeit. Es lohnt sich aber halt wirklich nur bei großen Stückzahlen und dort geht es ganz schön ins Gold. Das ist klar. Weil die Spezialköder sind natürlich deutlich teurer als der normale Köder. Aber... Ihr habt nur mal die Möglichkeit aus so einem Bronze-Haik viel Gold rauszubekommen. Und jetzt sieht man hier schon, ja? Wow, das Biest ist echt zäh. Das kommt ziemlich oft, ne? Sehr praktisch. Ja. Dieser Köder lohnt sich also wirklich... Also in meinen Augen lohnen sich die Grünköder. Wenn ihr vor einem Goldfisch seid und keinen Bock habt für die Goldfische, äh... Angelmünzen auszugeben. Denn diese ganzen tollen Köder hier, die kosten Angelmünzen. Und ich möchte mal anmerken, ich angle heute an dem Tag, wo die Hechtmakrele gebraucht wird. Ja? Ich habe mich also bewusst für Skandia entschieden. Das sind Skandia zu machen. Denn beim Goldfisch braucht man dann nachher den Köder. Ja. Wir haben aufgehört zu angeln. Woran liegt das? Ja, keine Köder mehr. Der da angelt schon fleißig weiter mit der 1000 Köder. Ja. Die kann man jetzt wieder aufmachen. Zack, einen Goldfisch rausbekommen. Und zack. Bronze Hai Unterkiefer. Das ist ein Material, das braucht man. Hierfür jetzt nicht, aber, ja, für gewisse Sets. So, wir gehen zurück nach Nabia. Dort beende ich das Video auch, was jetzt doch schon ganz schön lange geworden ist. Deswegen habe ich das mit dem Angeln so ein bisschen aufgeteilt. Und, äh, ich zeige euch jetzt nochmal den ganz besonderen Händler, für den ihr Angeln benutzen braucht. Das ist normalerweise kein Problem. Denn, wenn ihr anfangt, Goldfische zu angeln, holt ihr euch als erstes das Nizemon-Set. Und dieser Nizemon, äh, der droppt halt, das ist, ist der Pinguin. Deswegen nenne ich das Set auch demnächst nur noch Pinguin-Set in dem Guide, wo ich es vorstelle. Guck, hier sind immer noch ganz viele Spieler. Die kreisen alle hier um Annette herum. Warum um Annette? Ganz einfach, Annette ist cool. Denn Annette ist der Angel-Münzen-Shop. Und, ihr seht direkt schon, Buntmakrele. Ja, damit kann man, logischerweise, eher Bronzehaie angeln. Das ist cool. Ihr könnt also wirklich die ganz besonderen Köder auch für Angel-Münzen holen. Aber das sind eher, die, die holt man eher weniger. Ja, also, klar könnt ihr das machen, aber interessant sind halt die hier hinten. Denn diese Köder sind für den Goldfisch da. Das ist hier Hechtmakrele, habe ich einen. Und was auch an dem Shop cool ist, ihr könnt halt solche Materialien hier verkaufen, die ihr aus den Haus bekommt. Ihr könnt theoretisch die Köder verkaufen. Äh, die bringen auch Angel-Münzen. Ihr könnt hier die Materialien verkaufen, die ihr aus den Goldfischen bekommt. Und so kommen dann nach und nach ganz viele Angel-Münzen zustande. Man sieht das ja hier, 116.000 Angel-Münzen. Ja, ihr könnt hier auch den Goldfisch verkaufen. Der bringt ein Gold. Der Platinfisch bringt ja ein bisschen mehr. Also ihr seht schon, letztendlich haben sich jetzt die Köder schon fast wieder rentiert bei mir. Ich habe das Gold jetzt wieder rausbekommen. Es macht also wirklich Sinn, den Köder zu nehmen, auf Dauer, also wenn man wirklich viel angeln möchte und gezielt angeln möchte, für ein Set oder für Gold. Diesen Köder zu holen, der die Wahrscheinlichkeit hat, den Goldfisch zu bekommen in einem Gebiet. Ihr holt euch den dann quasi. Hier Regenschurgen, Schuppenbrat, Beispiel. Dann habt ihr die Eisfeld-Winterschildkröte. Das ist die spezielle Schildkröte im Eisfeld. Ja, könnt dort. Ihr gebt für den Köder 20 Angel-Münzen aus. Also, ja, wenn ihr 100 holt, dann sind das 2000. Das ist deutlich weniger. Also wenn ihr da dann aus diesen 100 tatsächlich 20 Köder rausbekommt, dann habt ihr gespart. Weil der Königsschuppenbarsch, das ist der Köder für die Schildkröte, kostet 245 Angel-Münzen. Mit 2% weniger, weil ich schon ein großes Angel-Level habe. Also ihr müsst dann am Anfang, wenn ihr noch kein Angel-Level habt, noch 2% drauf tun. Aber dann fangt ihr sowieso eher so in den niedrigen Gebieten an, ehe ihr ein besseres Angel-Set habt und dann im Eisfeld angeln könnt. Ja, das sind die unterschiedlichen Köder. Ich habe jetzt die größtenteils gezeigt, wie man die einsetzt, bis auf Goldfisch. Warum habe ich einen Goldfisch nicht gezeigt? Nun, es wird ja sowieso ein Video geben, in dem Goldfisch geangelt werden, bzw. die Vorbereitung dafür gemacht wird, wie man das Angel-Set bekommt und wie man dann einen Goldfisch angelt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Scheiße hier gelabert und uninteressantes Zeugs, sondern ich konnte euch die Welt der Köder ein bisschen näher bringen. Es macht durchaus Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, wenn ich jetzt diesen orangenen Fisch angeln möchte oder ich möchte jetzt den Erfolg machen und da brauche ich nur den einen Fisch so und der Rest ist mir scheißegal und ich bin bereit, dafür ein bisschen Silber mehr auszugeben. Dann macht das durchaus Sinn, die Köder durchzugucken, gegen speziellen Köder für den Fisch rauszusuchen und dann anfangen zu angeln. Ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Angeln, Leute. Haltet die Ohren steif, levelt schön auf Angel-Level 10, holt viele Goldfische raus und ja, ansonsten auch viel Spaß mit eurer Kingdom, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video, euer Izu.